Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Tone gerade wird das schon auch noch auf Doppel gedrückt ich hoffe dass heute der Ton da ist das müsste jetzt auch zu hören sein bisschen mehr wie vorher ja wir ist nacht wir gehen gleich immer auf 30 oder auf 60 die machen erstmal den Rest Gülle wie gesagt ich hoffe dass heute der Ton passt also beim letzten aber bei der Verarbeitung der Ton für die Maschinen gefunden und von der Musik in der Realaufnahme was wir hören woran das genau liegt das weiß ich nicht aber der hat mir jetzt ein bisschen ganz stark ansonsten höre ich jemand aus ich kein zweck also wenn der Ton nicht da ist es schlecht oder zumindest so lange testen bis es klappt also oder externe Hilfe holen also der Beziehung also weiß ich auch nicht gut ich hoffe dass heute klappt werde ich noch gleich weiter fahren wir sind lausche ab 0 Uhr wenn wir sehen was ich verkündet habe und Geld ja und dann muss ich mal schauen was man arbeitet an sich um Acker und Zell ist Kurs bei Kurs nicht mal weg da geht es so nicht ja ich hoffe der Ton ist zu hören der Anzeiger schlägt ja aus das ist ja so ne der Anzeiger schlägt ja aus und ja ich hoffe natürlich dass es jetzt so bleibt wäre nicht schlecht was nicht so mein würde also wenn man nicht machen würde auch hinten und Musik die letzte Aufnahme was ich jetzt gemacht habe wohl wohl zu sagen da arbeitet ist aber wir anders als ja die Nacht geht bald zu Ende hoffen und dann geht das Herbstende gehen die Ernte haben wir geschafft jetzt geht es darum dass wir den Rest vorbereiten für den Herbst das heißt hier und da noch mal dünnen vielleicht nach Möglichkeit hier rechts wollte ich hier im Frühjahr etwas aussehen entweder Soja oder Sonnenblumen und im Feld 12 der Rest ist genau das gleiche hier und im Grunde da wo kein Getreide war kommt keins mehr rein Grabsfelder haben wir mittlerweile zwei sollte reichen wir können nochmal Dünger kaufen und Sackgut weil das komisch ist man kann es hier nicht sehen man sieht es nicht dass wir mit der Wissen vorsichtig Mist haben wir keins leider wir haben ein bisschen Geld verdient also mit Mist kann man anscheinend mehr Geld verdienen als mit Kunde kann man ganz kurz reinschauen das ist ja das komische bei von Karte zu Karte haben verschiedene Preise ich weiß nicht warum dass die Preise bisschen verschieden sind also die Lage 270 ist ist bei der Marsch auch so aber der Marsch habe ich hier gefüllt für Mist und für Gülle keinen guten Preis also hier ist ja Toppreis also aber so ein habe gehören nur für Gülle 302 ja das ist gut dann können wir gleich mal zurückzahlen wir haben nämlich schon ein bisschen zurückgezahlt jetzt haben wir noch 2000 zurück damit unsere Kreditzinsen weniger werden und bis 100.000 nicht behalten so ungefähr so kommt ja nicht auch mal Euro an ja ja silage ne kann man nun mal reichlich ne ist ja so dann lasst man die Gülle wieder mehr werden dann haben wir einen Tag Gülle ein Tag Mist naja gut ist zurzeit so aber wir mal gleich gucken aber hier dunkel wird nicht losdüsen und Dünger kaufen ne auch wenn es schon 106 ist 107 oder 108 ich hoffe der Ton ist da also also jetzt mal der Zaun von der Maschine und so ne das ist ja das ganz entscheidende bei Hintergrundmusik ist ja der Beziehung ja äh nicht egal aber doch äh wichtig ne also man soll es schon hören können so wir machen die die Dings kann man dann können wir mal sehen dass wir einen am anderen hoch fahren so können wir gleich wieder tauschen dann kann man den bei voll machen und 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 was läuft die enden von hier jetzt weg alle alle er kann nicht nein die fraterne aufstellen dass sie auch blöden da muss immer fegen und kehren ja mal den lammerwind drehen bombastisch da vorne ist auch ein licht dann brauchen wir mal ein licht aufbauen sonst ist der wert der dekretion war das gewesen die guten lampen die waren woanders wie wäre das normalerweise ja was ist hier normal ja ach so sie ist klein zurück sie ist halb farmhouse die die lampen haben wir nicht frei dann muss ich hier mal schauen ob wir eine preiswerte finden beziehungsweise eine relativ helle ja das ist ja gut ne obendrauf perfekt aber jetzt ein bisschen dicht haben wir schon mal fahren wir ran an gut der ist gleich oder haben wir hier noch ein bisschen was gut dann nehmen wir jetzt hier vorne weg ich hab's nur anschalten müssen gut lassen wir laufen ganz hell ganz hell jetzt gehen wir noch magischwindigkeit ist noch nicht hell läuft noch gut ist ja meistens so wenn es läuft dann mache ich ihn aus und umgekehrt ne dann kommt die frage ist außen dann laufen der Motor ist nicht an beim Gas geben die Meldung so jetzt hat sich Zeit haben noch Zeit aber hier gehts so schnell da gehts noch ein bisschen im Spiel aber das wird sich nicht geben wenn der Schreiterkisch geladen ist und da hier auch die Zeit so schnell läuft gibt es auch noch hinzu jetzt wo der Herbst ist da ist es trocken da es gibt kein Regen im Frühjahr und im Sommer hat es wirklich hier was ich die Ernte geschafft habe das wundert mich sowieso so kipp ab jungen kipp ab das wird auch später ne also ich glaube das ist im Herbst und dann fällt der Rest auf und wenn ich in der Arbeit bin in der Halle ist auch gelaufen das wird irgendwann ist ne hell aber so das wird nichts geben früher auf dem Bauhaus gedacht naja um sieben wird es langsam hell ne aber da außen hat es gemerkt hinterher nicht oft habe ich auch Schicht und also es gibt jeden Tag Schicht Arbeit das ist jetzt auch so wenn ich jetzt spät habe dann naja stehe ich so früh nicht auf ne komm ich halb zehn nach Hause quatsch halb zehn Feierabend halb zehn naja um zehn bin ich jetzt nach Hause ungefähr kurz davor da ist es eh dunkel und wenn ich jetzt so sehe schau ja das dauert aber weiter jetzt schauen wir mal hier nach aussteigen ne läuft fahr mal hier mal zurück zum Hof fahr mal hier mal zurück zum Hof jetzt wird hell jetzt können wir wieder auf normal gehen auf fünf dann schauen wir gleich rum die Acke oder die Felder ob da was anliegt so ah hier gut die Aussaat da habe ich gesagt das klappt nicht so richtig das machen wir alleine oder wir machen zum Korn das ist wirklich alles mach nicht dann trägst du ihn aus wieder reden wir neu so so 42 fahr mal im Rundrahmen 2 muss mal ganz kurz gucken ja das zweite Bahn weiter machen also das ist im Grunde ja jetzt wurscht muss man sagen die erste Reihe ist noch nicht fertig wir tun mal so wenn wir von der ersten Reihe kommen und dann auch die zweite Bahn wechsel holen und da sollt ihr einsteigen mit dem Programm ups hier gleich mitmachen müssen wir gleich hier vorne er kommt ja von hier und will dann gleich hier auf die zweite gehen da muss er jetzt einsteigen auch wenn er von den ein zwei dingen hier den nächsten liegenden Punkt findet das schalte und das war leider so flügen letztes Mal hat er nicht gewollt äh quatsch äh die Aussaat aus der Führung letztes Mal hat er das nicht gemacht warum weiß ich auch nicht aber das ist egal jetzt macht er das so könnte ein kurze Einstellung keine Ahnung wird schon Grund haben so jetzt läuft das ist unser Weizenvölkner her im Westen haben wir kein Getreide mehr also hier wollen wir Stroh und Hilfe retten zur Not schnell Ball pressen und dann einen großen anderen wegfahren oder los einsammeln so jetzt gehen wir wieder im Geschäft so die 41 ist geflügt da war drauf Weizen könnte man auch Raps drauf bringen aber das wäre Übergewicht an Raps wir haben jetzt hier auf 60 haben wir jetzt nichts und auf 12 auch nichts da habe ich vor Soja und Sonnenblumen früher meist habe ich das ja nicht vor betreiben hätte ich hier an bauen müssen aber da liegt es mir echt zu weit vielleicht kaufe ich noch früher wenn wir das Geld haben nur dazu sagen im weiteren Feld 54 oder die die oder die 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 Wiese muss man sehen was wir an das Geld verdienen eben früher haben wir wir haben ein bisschen was da an Früchten nicht viel aber ein bisschen schon und das können wir entsprechend umsetzen früher wird der Preis sicherlich steigen aktuell Weizen ganz gut verdient Gerste auch, Hafer Runde könnte man jetzt schon verkaufen Raps nächstes Mal, Soja nicht wäre eine Möglichkeit, Weizen verkaufen jetzt ganz gut oder im Frühjahr geht auch oder aktuellere Beine Hose gut, das läuft ich gehe mal zurück zum Hof Silage und das machen wir gleich weiter beenden die erste Folge ich hoffe der Ton passt ich muss gleich prüfen für noch mal eine Hose aber ich habe ja bei Some patients und das klappert und bei Teilen des Dahmer war der marsch gehört dann sag ich einmal 보고 da die Einlagen auch bis zum nächsten Mal und dann hoffen wir beimホ Bang dass es hat dies Peace bis zum nächsten Mal Tschüss.